Du oben, ich unten, Harmonie, Friktion, Symmetrie, Parallelität, Entspannung, Trott, Flucht, Heimkehr, Fremdgehen, Bereuen, nicht heiraten, nicht Kinder, nicht zusammenziehen, doch zusammenziehen, kein Sex, weiter, älter, weiter, langsamer, noch langsamer. Du stirbst, ich auch. Sollen wir dich endlich mal heiraten? Ich dachte, du schließt endlich mal wieder mit mir. Ich hab schon gar nicht mehr über die mir gerechnet. Wollen wir noch zu dir gehen? Das geht nicht. Wieso? Ich wohne nicht allein. Ich wohne nicht allein? Mensch, Anna, ich bin nicht alleine. Es gibt dann noch einen anderen. Wo jetzt? Bei dir? Nee, bei uns beiden. Wenn sowohl in einem eckigen Kontrollfenster wie auch in einem runden Testfenster eine Linie sichtbar wird, sind sie schwanger. Stop, 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 Untertitelung des ZDF, 2020